Mit meinem Background als Trail-Fahrer suche ich mir natürlich wirklich Herausforderungen. Ich probiere mit Trail-Technik Sachen zu fahren, die dann eben in Verbindung mit dem Motor überhaupt erst möglich werden. Dann kann ich eben diesen Trail jetzt im Vergleich zu früher einmal, jetzt dreimal noch am Abend mit der limitierten Zeit machen. Ich will nur neue Sachen kennenlernen, jeden Tag was Neues lernen und da bietet das E-Bike gerade viele Möglichkeiten. Ich versuche auch keinem mehr zu erklären, wie geil das eigentlich ist mit dem E-Bike zu fahren. Es gibt jetzt Wege und Trails, die man vorher einfach nicht hochfahren konnte, die man eben mit neuer Fahrtechnik kombiniert hochfahren kann. Totaler Sport, neue Techniken, neue Pedalabfolgen, andere Herausforderungen und somit auch eine neue Befriedigung nach dem Biken.